1971 war die Welt in Bewegung, aber da bei uns war es, als würde sie stillstehen. Wir kämpfen für die Befreiung der Frauen. Ich fühle mich aber nicht unfreiig. Wegen Frauen weniger als nicht Förschi. Wie findest du, wenn ich wieder ein bisschen arbeiten würde? Ist dir das wichtiger als unsere Familie? Und ohne meine Zustimmung kannst du auch gar nicht. So ist das Gesetz. Frauen in der Politik, meine liebe Damen, ist schlichtweg gegen die göttliche Ordnung. Nein, ich bin nämlich für das Frauenstimmrecht. Zum Glück ist ihre Meinung nicht ausschlaggebend. Ich bin dabei. Dabei? Ich bin im Kampf. In Italien streiten die Leute, wenn sie etwas wollen. Wir müssen unsere Virginas kennenlernen. The Eye of God. Was hat sie gesagt? Nein, das ist etwas Blasphänisches. Ich finde auch vieles ungerecht und ich mache nicht einen solchen Aufstand. Wenn der nicht aufhört, dann nehmen wir mal etwas. Die Männer machen Gesetze. Aber betroffen von diesem Gesetz sind wir auch. Weil es eigentlich glasklar ist, wie himmelschreiend ungerecht da ist. Für welche Tage reservieren? Für das lokale Aktionskomitee, für das Frauenstimmrecht. Das Weib hat in der Gemeinde zu schweigen. So stört sie die Bibel. Du sollst nicht Ehe brechen. Steht auch in der Bibel. Deine versuche Vertrauen zu werden. Sie wissenças. Du sollst nicht eher einen Top he Roberto. Über wurden ein Nachgie偿 die gute Nachrichten. Und das dwinglich hat nur einenTyg animiert. In der Gemeinde ist herники so sehr gleiched in der Bes administration. Die Schwung zu ver poquito. Es gibt ein Porst.